Sagt's ja mal Leute, warum müssen wir euch da so einen Schmarrn machen? Das kann ich da schon sagen. Du zwängst eine Harmonie. Damit wir in zwei Stunden ohne Gemurre von den Weibern beim Wirt Champions nicht schauen können. Jetzt hör halt mal deinen Torf, besser rein auf, da bleibt dir nichts mehr für die Platzen übrig. Ich mag eh keine Platzen jetzt, du musst den Torf viel lernen. Jetzt hör halt auf, im Rezept steht doch drin drei bis vier Millimeter und das sind locker Fünfe. Bist du so ein Korinthenkacker? Was bin ich? Ein Korinthenkacker? Und was bist dann du, heim? Warum hast du dann ja was, oder? Das ist ja klar, das zeigt doch keine kleinen Kinder. Was ist denn los? Er hat angefangen. A Ruhe ist jetzt. Von mir aus kennst du zum Wirt gehen und euer Let's Football Spiel anschauen. Ihr seid da oben ja echt nicht zum Aushalten. Ehm, ernst tut's? Ja, schleicht's euch! Hey, Harri, super Idee mit dem Wirt geh und euer Let's Football Spiel anschauen. Auf geht's! Auf geht's!